Und da sind wir wieder zurück mit Runde 2 von Let's Battle. Mal sehen, ob der Flo diese Runde auch wieder schön auf den Sack kriegt. Schnauze. Also du hast ja so, so krass geführt. Der Skill gezeigt und dann hat sich das Spiel hier doch durchgesetzt. Dann habe ich dich hier richtig nice auseinander genommen. Und jetzt habe ich auch Wurm-Namen. Oh, und ich bin dran. Oh lolol. Einmal so aufmerksam sein. Sagst du, dass das klappt? Meinst du, dass das klappt so? Oh, das ist ja lächerlich. Oh. Da boxt er ihn. Dafür verschwende ich meinen geilen Knüppel. Meinen geilen Baseballschläger. Na, lächerlich. Waffen. So, das war die Hüpfen-Taste. Genau. Du kriegst jetzt einfach hier. Was wird das, sagst du? Willst du mir auch einen Baseballschläger verpassen? Oh. Das kann nicht werden. Sack. Dann war auch nicht gut. Na ja, die sind jetzt natürlich ein bisschen genutzt, muss man sagen. Finde ich jetzt nicht gut. Ich glaube, ich spreng deinen Fotzkopf da raus. Hat sogar ein bisschen Damage bekommen. Finde ich super. Get out of my face, sagt er. Jetzt kommt direkt die Rache. Na, er snackt sich erstmal die Kisten. Lächelig. Weil der Flow immer wieder mit den Standardmitteln, die ihm zur Verfügung stehen, nicht rauskommt, muss er sich hier immer die Kisten schnappen. Oh, bumm. Ah ja. Finde ich nicht nett. Finde ich gar nicht nett. Oh, da unten gibt's Credits. So, was sagst du? Ach scheiße, ich weiß nicht, wie man die... Weißt du, wie man die Granaten, wenn man ein Seil ausgewählt hat, ablegt? Weiß noch nicht mehr, wie man normal läuft. Tab ist es nicht, Steuerung ist es nicht, Alt ist es nicht, Y ist es nicht. Ach komm, jetzt sei doch nicht so hier so lächerlich. Also Leertaste ist Loslassen, das weiß ich. Ah. Was war's denn? Rechtsklick kannst du schon mal auswählen, wie man es dann hinlegt, muss ich noch rausfinden. Ah, scheiße, jetzt hat er losgelassen. Oh, Zeit! Einmal schnell in den Kopf geschossen, ist gut. Ach, da darfst du ja die Rückwehren. Ah, super. Hm. Was bringt mir das jetzt? Kamikaze-Angriff. Stell dich vor den, mach Kamikaze-Angriff, der bohrt sich durch das Grüne durch und schmeißt ihn ins Wasser. Geht niemals funktionieren. Ah, aber auch nur, weil du es verbobst. Wenn ich das machen würde, würde das auf jeden Fall funktionieren. Wie geil. Geil. Hat fast funktioniert. Sah aber gut aus. Neuen Fallschaden oder was? Eieieiei. Da werde ich wieder versagen. Wer ist denn jetzt hier dran? Weiß ich doch auch gar nicht. Ach, der da oben. Ja, super. Ist ja jetzt auch lächerlichst. Der kann ja gar nichts machen da. Wieso sind denn die ganzen Fernangriffe noch nicht freigeschaltet? Was soll denn das? Hast du irgendwas da eingestellt? Oh, Mann. 106 also. Alles klar. Voll in die Fresse. Das ist sicher nicht. So viel Schaden habe ich noch nie gemacht. Was wird das denn hier schon wieder? Der? Oh, nee. Komm, nicht mit dem Baseball. Muss man auch fliegen. Al. Geht mal in Biber für deinen Flöten. Da, wo er hingehört. Der Justin. Ja, nice. Ich snack mir. Das macht richtig geil. Die Kredits. 10 Münzen. Dankeschön. So, und was machen wir jetzt Geiles mit euch schnitten? Ne, das überzeugt mich ja irgendwie alles. Nicht wirklich, was hier zur Verfügung steht. Nee, überzeugt mich nicht. Gar nichts. Ich kann euch da unter Wasser setzen. Das bringt mir ja nichts. Ja, komm. Jetzt sammeln wir hier mal lecker die Münzen ein. Wer weiß, was die bringen. Oh, nein. Wo wäre der nur? Hm. Was wird das denn jetzt? Weiß nicht, was du mal. Kannst du hier nicht entscheiden, wen du abschießen willst? Echt? Oh, das war unklebber. Hä? Das war die Granate, die neben dir lag. Die Minie. Jo, die hab ich auch fast gesehen. Was, ne Scheiße, ey. Nein. Ich hab voll rausgezoomt, um zu gucken, wie ich schieße. Hab ich so ne Scheiße gemacht? Natürlich nicht gesehen. Oder wie. Dieses Spiel tut jetzt einfach mal. Auf jeden. Was hast du jetzt so? Komm, 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 komm. Der fliegt durch, der fliegt durch. Boom. Ach, der macht nur 30. Ist doch lächerlichst. Watch it, loser. Wo ist er denn, der Argo? Das liegt jetzt da vor mir. Der da unten ist, das. Vorsicht, da ist auch ne Nade, ne. Da im Wasser. Alter, was ein Scheiß. Jo, ich sag mal so. Hast du keine Luftangriffe mehr? Ja, sag ich doch. Da ist doch garantiert noch was. Ich bin ja gerade erst gekommen. Nehmen wir mal den hier erstmal. Voll toll. Trinkt gar nichts um Scheiße. Ach, der da unten ist jetzt dran. Der kann ja immer wieder richtig viel tun. Sagst du? Ne. Erzähl mir nicht, dass der da nicht... Alter, das Seil ist zu kurz. Wie, bei mir hängt der da dran. Kein UFO. Der hing doch am Seil. Ja, er hing am Seil. Das ist richtig. Am seidenen Faden. Wo war jetzt dein Problem? Ja, dass ich nicht auf den Boden konnte, weil das Seil zu kurz war. Dementsprechend ich jetzt... Hey, Kollege. So. Was hat dir das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Ich hab ein UFO eingesammelt. Also... No, jetzt kommt er und die nächste. Das ist doch echt licht. Los geht's, deine Mama. Ach, ist das rigged. Was wird das jetzt? Ach so. Willst du dir sowas nicht für die aufsparen, die in irgendeiner Höhle sitzen, die nichts machen können? Oh, keine Ahnung. Ich bin ein Noob. Ja, da ist ja nix... Da ist ja nix neu. Ganz neu. Ich bin nicht schön. Mal gucken, ob dat wenigstens mal klappt. Dat wär doch mal schön. Klopp. Aha. Frech. Jan. Frech. Ja, der da unten, oder wat? Find ich ja nicht gut. Find ich ja nicht gut. Nee, find ich ja net jod. Nicht. Nee. 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 Alter, warum? So dumm. Macht das bei dir viel mehr Schaden. Das ist lächerlich. Hab besser gezielt. Renn du Scheißwurm. Renn. Komm da nicht hoch. Komm da bitte einfach nicht hoch. Das würde ich ja feiern. Das wäre... Fuck. So. Nu. Schaf. Laber doch nicht. Komm bitte explodier auf deinem Scheißkopf, Mann. Wo rennt das jetzt hin? Kann das nicht steuern, glaube ich. Ist das ein normales Schaf? Ja. Dann wird das jetzt einfach gleich hops gehen. Mäh. Boom. Was ein Scheißding, ey. Da könnte ich schon wieder kotzen. Wie soll man denn so ein Scheiß Schaf kontrollieren? Ja, das muss halt gut laufen. Das ist super gelaufen. Das ist an der Klippe.